Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha BG. Heute teste ich den wohl verrücktesten Kopf, den ich in meinen vier Jahren auf Shisha YouTube bis jetzt testen dürfte. Und zwar die Gemini Hooker Bowl True Heat Management Device. Ich bin sehr gespannt. Wir packen das Ding aus, Kohle machen wir an, wir müssen noch einen Kopf bauen und dann gehen wir rein in die Masse. Und dann gucken wir uns erstmal an, was alles dabei ist, eine Aufbauanleitung und dann haben wir hier schon das Extended Pack. Das ist der Kopf selbst mit der Silikoneinlage zum Tabak sparen, auch sehr interessant. Wir haben zwei verschiedene Mounts, je nachdem für welche Pfeife, links ist der, den wir benutzen. Das ist der Kohletrail, wo dann die Kohle drauf liegen wird. Wir haben eine kleine Kohlezange dabei, die relativ klein und flimsy ist. Eine Ablage für die Köpfe, die wir dann schon geraucht haben, sodass wir die irgendwo hinpacken. Eine kleine Kopfbauhilfe aus Silikon und da sehen wir nochmal den zweiten Kopf, die sind identisch. Das ist einfach nur, dass man die schneller hintereinander rauchen kann, sozusagen. Kleines Adapterstück, das man braucht für manche Pfeifen. Und so wird das Ganze zusammengebaut. Sehr, sehr easy. Und was auch noch sehr, sehr easy ist, ist der Kopfbau. Wir nehmen einfach unsere Unterlage, dann unsere Kopfbauhilfe, schnappen unseren Tabak, lassen den ganz locker fluffig reinfallen. Das mit dieser Silikon-Kopfbauhilfe funktioniert auch tatsächlich sehr, sehr gut. Also da gibt es gar keine Probleme und auch der Kopfbau ist wirklich einfach. Tabak locker fluffig reinfallen lassen, nicht andrücken und dabei ein kleines bisschen verteilen. Und schon haben wir den Kopf fertig, Aufsatz drauf und fertig ist das Ding. Und drauf auf den Ständer und rein in die Masse. So einfach. So, Köpfchen habe ich gerade draufgepackt. Ich bin so gespannt, ob das funktioniert. Also dieses Prinzip an Kopf und ob das hier oben dicht ist und so viele Fragen, ob das überhaupt klappen kann. Ich bin mega gespannt. Kohle ist an, wir packen die drauf. So, wir haben hier vorne einfach dieses Ding, was man da so drehen kann. Ja, geht ein bisschen schwerer, aber man kann es drehen. Und da packen wir jetzt einfach mal drei Kohlen drauf. Ob das so gut für einen Tabak ist? Ich weiß es nicht. Naja, während das Köpfchen warm wird und ich mir noch überlege, ob das überhaupt was werden kann, würde ich sagen, gucken wir uns nochmal diese Verpackung an. Die ist nämlich höchst amüsant, weil auf der hinteren Seite sind noch ein paar Warnhinweise, oder nicht Warnhinweise, aber generelle Hinweise auf Deutsch. Und da stehen so witzige Sachen wie, passt am besten Hookers. Geil, passt am besten Hookers, Digga. Das wollte ich schon immer vor dem Kopf. Äh, Schüssel ändern in Sekunden. Ja gut, damit meinen die den Kopf, ne? Bowl, Schüssel, ja. Da haben sie das gerade wohl einmal in Google-Übersetzer reingeballert. Auf Englisch klingt das Ganze schon deutlich besser. Da haben wir Heat Management Device, Lateral Heating, Flavor Booster, Cooling Effect, Fits Most Hookers. Ah, passt am besten Hookers. Sollte wohl heißen Fits Most Hookers. Also, passt auf fast alle Pfeifen. Ja gut, Google-Übersetzer hat euch da leider hops genommen, Gemini. Kann man nichts machen. Wollen wir mal den ersten Zug nehmen? Komm, wir nehmen mal nebenbei den ersten Zug. Und dann erzähle ich euch, was das Ding kostet und was da dabei ist und alles und so, weißt du? Aber wir nehmen mal den Zug. Mal gucken, ob was kommt. Das riecht hier noch nicht viel. Ja, Hitze ist da. Auf der anderen Seite jetzt nicht. Komm, wir ziehen mal. Wir ziehen einfach mal. Wir nehmen mal den ersten Zug von dem Gerät hier. Ich bin sehr gespannt. Nix. Ich finde halt wirklich die Idee hinter dem Gemini so geil, dass da mal wieder was komplett anders gemacht wird. So, alle Konzepte, die wir jemals hatten, werden einfach über Bord geworfen. Und wir gucken einfach mal, was wir für einen mega verrückten neuen Kopf machen können. Ob der taugt? Wir gucken. Wir gucken. Ich klopfe mal die Kohle ab mit unserer unglaublich stylischen und kleinen Gemini Kohlezange. Mal gucken, ob jetzt was passiert. Geile Zange, Digga. Ne, also ich meine, die fühlt sich schon tatsächlich gut an, aber sie ist halt sehr kurz. Aber speaking of Zange, wir kommen erstmal zu dem Lieferumfang und zu dem Preis von dem Ding. Weil da scheppert es den einen oder anderen vielleicht dann doch nochmal weg. Kommt schon mal ein bisschen mehr Rauch. Okay, während wir den Kopf hier weiter anrauchen, erzähle ich euch noch was zum Preis und Lieferumfang und so. Ich habe jetzt hier das Extended Package. Bei dem Extended Package sind diese Sachen hier noch mit dabei. Wir haben nochmal einen kompletten zweiten Kopf. Wir haben hier diese Unterlage, wo ich mich erst gefragt habe, wofür ist das. Aber das ist dafür da, dass ich jetzt diesen Kopf dann einfach da runternehmen könnte und hier draufstellen könnte. Dann kann man den wo absetzen. Und dann kannst du den zweiten Kopf direkt schon draufpacken. Das heißt, Extended Package sind eigentlich zwei Köpfe direkt mit dabei, sodass man da schneller irgendwie was machen kann. Generell im Lieferumfang ist hier einmal so ein Silikonadapter. Da kann man dann den Kopf zum Beispiel auf Glaspfeifen oder sowas benutzen. Wir haben die Zange und wir haben einmal dieses Ding, was wir dann hier draufsetzen können. Habt ihr im Kopfbau gesehen, sodass man den Tabak da schön rein funneln kann. Und wir haben noch diese komischen Einlagen und zwar könnt ihr den Kopf auch einfach mit... Oh, das qualmt aber langsam hier. Wir ziehen vielleicht nochmal. Ja, kommt langsam mehr. Wir können auch mal ein bisschen drehen hier. Oh, das wird aber auch ganz schön heiß da hinten. Oh, das wird aber... Eie, der Sack. Also anfassen kannst du das auf der anderen Seite aber nicht mehr. Ja, also drehen gestaltet sich schwierig. Aber wir haben es jetzt mal ein bisschen gedreht. Naja, auf jeden Fall habt ihr noch hier dieses rote Silikon-Ding dabei. Und das kann man da auch noch so reinstopfen, dass man dann minus 50% Tabakvolumen hat. Man kann auch zwei reinmachen, dann kommt kein Tabak mehr rein. Jetzt muss ich dieses Kackding da wieder rausfummeln, wegen so einem Scheißwitz, ey. Ja, also der Preis ist natürlich schon happig. Es ist halt mal was super, super Ausgefallenes, was wir sonst noch gar nicht so gesehen haben. Von daher können die wahrscheinlich preislich machen, was sie wollen. Es fühlt sich an wie Alu, die Verarbeitung ist okay, Material sieht gut aus, 100 Euro, ein bisschen viel, aber es gibt halt keinen Vergleich, wisst ihr. Also immer schwierig, weil Sachen, die einzigartig auf dem Markt sind, ist es immer schwer zu sagen, ist der Preis jetzt gerechtfertigt oder nicht. So, der qualmt hier sehr fleißig vor sich hin. Wir ziehen nochmal. Und tatsächlich kommt ein bisschen Qualm. Also es ist nicht so schlecht, wie ich es mir vorgestellt hätte. Ich hätte wirklich gedacht, dass es deutlich schlechter funktioniert, als es jetzt schon funktioniert. Es ist halt, also eine Sache muss ich auf jeden Fall noch sagen. Es ist halt ein Abstand-Setup. Und ihr wisst ja, dass ich persönlich das nicht so gerne mag. Deswegen ist auch das kein Setup, das ihr wahrscheinlich häufig bei mir sehen werdet. Aber für Leute, die gerne Abstand rauchen, könnte es ja vielleicht was sein. Und ich finde es halt einfach so abgefahren, dass ich es unbedingt probieren wollte. Übrigens, da oben steht Werbung, weil Gemini mir das Ding geschickt hat. Die haben keinen Einfluss auf dieses Video. Die haben wirklich keine Ahnung, was ich hier mache. Wahrscheinlich verstehen sie nicht mal Deutsch. Aber so langsam kommt auf jeden Fall ein bisschen Rauch. Wild? Hätte ich jetzt echt nicht gedacht so. Ich meine, das ist schon, ich weiß nicht, also die Hitze geht da ja so voll dran vorbei. Das ist wirklich nur Lateral Heating, wie die halt sagen. Lateral Heating ist halt so, da ist so ein bisschen Hitze in der Nähe. So ungefähr, weißt du? Es kommt wirklich mehr Rauch, als ich dachte. Ich hätte nicht gedacht, dass wir überhaupt Rauch kriegen. So, nachdem ich mir noch ein paar Minuten geraucht habe, gucken wir uns jetzt nochmal wirklich die Rauchentwicklung an. Also, ich rauche jetzt ungefähr 10 Minuten. Das Ding sollte definitiv an sein. Also, ja, mehr als 10 Minuten anrauchen ist, glaube ich, nicht vertretbar. Es raucht nicht so krass wie ein Funnel mit HMD, wenn du auf Kontakt rauchst. Habe ich aber auch ehrlich gesagt nicht erwartet. Es ist halt ein klassisches Abstands-Setup, nur dass die Hitze jetzt von der Seite kommt, der Rauch nach oben aus dem Tabak rausgesaugt wird und dann in das Funnel-Loch reingeht. Funnel-Loch? Ist das ein Funnel-Loch? Es ist ein Ultra-Meerloch-Funnel-Hybrid-Ding. Spums oder so. Auf jeden Fall ist der Rauch nicht so schlecht, wie ich es erwartet habe. Es geht wirklich klar. Es ist kein bisschen drücken, kein bisschen kratzen da. Es ist eins der smoothesten Setups, die ich jemals geraucht habe. Du hast null Bass, du hast null Nikotin, kein Kopfschwummern, nichts. Du merkst wirklich gar nicht, dass was ankommt. Für mich ist das ein bisschen wie Atmen, aber ich bin auch Funnel-HMD-Darkplane und so gewohnt. Wenn du dich daran gewöhnst, ist Virginia sowieso relativ lasch und dann noch in so einem Setup sehr lasch. Aber nicht vom Geschmack. Der Geschmack ist echt angenehm da. Es funktioniert nicht so krass wie im Fallen-HMD, aber er ist da. Es funktioniert. Es ist wirklich nicht so scheiße, wie ich es erst erwartet hätte. Ich hätte mir wirklich vorstellen können, dass das mega der Flop wird. Vom Rauchverhalten her. Ja, so dass das Ding sau witzig aussieht und jeder wissen will, funktioniert das Teil? Was ist das für ein Ding? Habe ich mir gedacht. Aber dass du da noch Rauch und Geschmack rauskriegst, hätte ich nicht gedacht. Also ich denke, wir werden das Ding noch einige Male im Stream rauchen. Wenn ihr da Bock habt, Dienstag, Donnerstag, Sonntag ab 8 Uhr abends ist meistens der Stream. Da werden wir das Teil auf jeden Fall auch nochmal probieren. Aber der erste Eindruck ist wild. Es funktioniert. Ich hätte es nicht gedacht. Wenn euch das Video ein bisschen Spaß gemacht hat, lasst mir gerne ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG.